Hallo und herzlich willkommen. Es gibt viele Menschen, die den Traum Fußballprofi werden, nicht erreicht haben. Dann gibt es allerdings Menschen, die statt Fußballer dann Rapper wurden. Heute stellen wir euch Deutschrapper vor, welche in ihrer Jugend auf dem Weg zum Fußballer waren, doch dann Rapper wurden. Der erste Rapper in unserer Liste heißt mit bürgerlichem Namen Wladislav Balovaski. Ihr solltet ihn unter dem Namen Kapital Bra kennen. Der 25-jährige Label-Chef spielte in seiner Jugend beim BFC Dynamo. Wie gut war er wirklich? Das ist nicht wirklich bekannt. Allerdings konzentrierte er sich schon früh auf seine Musik. Ich glaube, zu seinen Erfolgen als Musiker muss man gar nichts mehr sagen. Der nächste in unserer Liste heißt Medow. Enes Medow kickte in seiner Jugend beim Mainz 05 und dem SV Darmstadt 98. Ob er als Fußballer genauso erfolgreich wäre wie mit seiner Rap-Karriere? Dafür müsste er schon ganz oben um die Champions League Trophäe kicken. Casey Rebel, besser bekannt als Hussein Köksichen, spielte als Jugendlicher beim Rot-Weiß Essen. Er war sogar Kapitän vom Arsenal-Star Mesut Özil. Er selber sagte dazu mal, dass für den Fußball ihm die Disziplin gefehlt habe und die Musik ihr auch super sei. Boateng wurde statt Profifußballer ein Rapper. Klingt komisch, weil Jerome und Kevin Prinz Boateng Profifußballer sind. Der dritte Bruder George spielte in der Jugend von Hertha BSC, aber schaffte nicht den Sprung auf die große Fußballbühne. Stattdessen ist George nun unter dem Namen BTNG Rapper. Auch bei ihm mangelte es an Disziplin. Er saß sogar mal wegen Körperverletzung acht Monate in U-Haft. Maxwell von der 187 Straßenbande spielte auch schon als Kind Fußball. Um genau zu sein, beim SC Eilbeck. Aus einer Fußballkarriere wurde nichts. Er sagte mal, dass es daran lag, weil er angefangen hatte zu kiffen. Die Frauen kamen und er mit 16 nicht mehr zu Hause lebte. Es gab niemanden mehr, der ihn abends zum Training fahren könnte. Außerdem sagte er mal, dass man beim Fußball Kontakt gebraucht, um auf Profi-Level spielen zu können. Anders wie es im Deutschrap ist. Das waren fünf Rapper, die den Sprung auf die große Bühne des Fußballs nicht geschafft haben. Stattdessen sind sie nun Rapper und werden sicherlich von so manchen Fußballern gefeiert. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst jetzt gerne ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt diesen Channel. Wenn ihr jetzt noch weiter schauen wollt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, auf die zwei eingeblendeten Videos drauf zu klicken. Tschüssing! 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 Bis zum nächsten Mal.